so gute stunde sind wir noch unterwegs denke ich mal habe leider verpasst rechtzeitig zu stoppen passiert ja gibt schlimmeres so gucken wie hoch ist das ganze bauen muss fast schon wieder komplett voll mit irgendwelchen sachen so bringen wir ein paar sachen hier an die truen station die war noch irgendwo da was man so jetzt erstmal nicht mehr so braucht weißt du ich kümmere mich gerade um die essenz bernbischöp macht das so wir brauchen jetzt eine fläche von innen drin fünf mal fünf nach mit dieses blöd ich mache das schön ich mache das richtig schön damit der schmerz auf seine freunde dran hat ich bin gleich wieder da so jetzt brauchen wir kurz mal ein schüsseler peng ach das geht so wieder nicht mehr achten muss ich erst in normalen cobblestone wandeln dann geht das erst ne wo wir wetten das sage ich doch so so den zirkular nehmen wir mal so da kommt dann da brauchen wir noch einen von mistiger welcher da brauchen wir noch mal ein zirkular zirkulieren 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 da brauchen wir noch mal ein zirkulieren der ist zu viel so zirkulieren 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 da war ich sage noch hier diesen riolite verbauen als erst mal hier noch eine riolite hier machen nennt man merken Vielen Dank. So, jetzt machen wir das hier mal weg. So. So, mein Büschchen geht es gut. Das ist doch schön. So. Wenn es ein bisschen gut geht, geht es ja allen gut. So, was ich hier nicht mehr brauche, kommt erst mal nach oben hoch. Der Rest bleibt erst mal hier bei mir. So, jetzt holen wir ein bisschen Glowstone. Was machst du denn gerade? Na, die Kaktusfarm. Ach, die Kaktusfarm, ja. So, Glowstone. Wie viel haben wir denn davon noch? Glowstone. Sechs Stück. Sechs Stück ist besser als gar nichts. Wir werden neue Sachen wieder machen. Das bräuchte ich Sand. Vier Sand haben wir auch. Dann müssen wir den Weg hier auch noch wieder weiterbauen. Nachher dann wieder. Ja, ja, ja. Welchen Weg? Hier unter Tage. Jetzt bin ich verkehrt abgebogen. Ich habe weggegessen lassen. Der war das, ne? Der war das. Jetzt haben wir erst mal viermal hier. Soweit hell genug. Dann gucken wir hier nochmals rein. Da noch mal einen rein. Dann müssen wir den Glowstone wieder selber wieder bauen. Das Glowstone-Staub. Kommt natürlich an eine schöne geschüttelte Decke dann rein. Für den guten Schmärsch. So. Dann bauen wir hier erst mal den Wecker weiter. Haben wir. So. Leimzurm brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Bruchstein weg. Dingsbums weg. Das lassen wir hier. Jetzt brauche ich einen Trichter und eine Truhe. Das kriegen wir hin. Denke ich mal. Was machst du gerade? Mich um meine Dekobank kümmern. Nein. Ich baue erst mal eine einfache Farm mit vier. Kann man irgendwann verdoppeln, wenn du möchtest. Ja. So. Jetzt brauchen wir erst mal einen Trichter. Wo haben wir einen Trichter denn drin? Da. Einen Trichter. Trichter haben wir. Haben wir irgendwo noch Truhen? Da muss ich einer bauen. Truhen. Truhen. Haben wir auch. Sehr gut. Zäune. Haben wir auch. Sehr gut. Ja. Aua. Ich bin runtergefallen. Den weg. Genau. Hier kommt jetzt die Truhe hin. Und da kommt jetzt der Trichter gegen. Zack. Haben wir. So. Ich bin auch blöd. Ich brauche ja auch noch. Diese schöne Glas. Von Tinkers. Ich muss sagen. Dieses Haus ist uns am besten gelungen. Glaube ich. Erstens und wahr. Unser nächstes Haus. Auf neuen Server. Da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Das werden wir dann so gestalten. Ähm. Wie das letzte heimelige Haus. So. Das ist Elrons Haus, ne? Hm. Mit Limezone kann man nichts machen. Komm mit der Limezone verbrennen wir. Zack. Weg. Wenn ich brauche hier. So viele Sachen. Das brauchen wir gar nicht. Weg. So. Jetzt brauchen wir Sand. So zehn Stück. Das brennen wir jetzt hier erst mal. Ach ja. Ja. Ähm. Einmal Wasser habe ich. Ich sollte erst die Decke einbauen, glaube ich. Wir haben nicht mehr. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Wenn wir da gucken, ob man ein Kloschdruck kaufen kann. Das ist ja schon der Käse. Wie vor. Man hat ja gar keine. Man hat ja wie vor mal wieder Angebote. Ja. Man kann mal dann denken gleich nachher machen. Wenn ich dran denke. Ja. Also erst muss man ganz wieder wandeln. So funktioniert das Ganze ja nicht. Im Schüsselmatt. Ähm. Zehn Stück. Slanted. Zelldeck. Da wir hier Zelldeck haben. Das ist ja nur da. Ein Zelt-Tick, da haben wir neun. Ich brauche nochmal zweimal Zelt-Tick, äh, ja, die Welt ist richtig schön geworden, wo wir jetzt leben in Minecraft. Mhm. Mhm. So. Zaleißen wir hier. Mhm. 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 Achso, hier müssen wir auch nochmal eine Reihe draufsetzen, stimmt ja. Das müsste hell genug sein, denke ich mal. Dann ist sie auch bald fertig hier. Mhm. Cobblestone Circular. Ich brauche dann jetzt nochmal das Glas. Die Kakteen. Oder brauche ich jetzt das Glas und die Kakteen brauche ich jetzt erstmal. So. Und das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. So. Und wieder aufwärts. Mhm. Mhm. So. Mal gucken, ob das Glas fertig ist. Die Kakteen müssten ja unten sein, oder? Kakteen müssten ja unten sein, oder? Kakteen müssten, glaube ich, unten sein, ja. Ich schmeißen das Glas. So. Raus damit. So. Weißt du noch, wie ich die Häuschen alle eingerichtet hatte? Mhm. Geschmolzt das Glas auch schon irgendwo. Ach du meine Güte. Kann ich machen, brauchen wir. Hm? Nu ist zu spät. Ich werde gleich wieder finden. Geschmolzenes Glas, wo habe ich das jetzt wieder, wo wird das gelagert? So. Glowstone haben wir gar nicht mehr. Wir müssen Glowstone wieder auf den Markt kaufen gehen. Das muss ich auch noch mal machen. Das ist mein Verschluss. Ich muss jetzt das geschmolzene Glas finden. Wo haben wir das hingepackt? Hier ist es nicht. Wo haben wir das geschmolzene Glas reingepackt? Weißt du auch nicht, ne? Nee, das weiß ich leider auch nicht, du. Ist irgendwo hier reingekommen? Hier ist gehärtetes Glas. Das ist es aber auch nicht. Ist es auch nicht? Verdammt, wo ist denn das? Das wurde ja nicht aussortiert. Was? Also muss es hier irgendwo sein? Ist es oben? Ist es eine Tasche höher? Ist es vielleicht oben, ne? Oben haben wir ja auch noch so ein bisschen was. Sagen wir Eis? Was haben wir hier? Ach, hier oben haben wir es doch. Klares Glas. Haben wir doch. Da ist es doch. Das war hier oben. Das war hier oben. Ich habe es wieder gefunden. Ja, siehst du. So, ähm. Kaktus. Jetzt ist die Frage wieder, wo ist Kaktus einsortiert? Ja, vier haben wir. Alles Perfekto. Ne, halt verkehrt, da lang. Ich renne immer verkehrt. Keine Ahnung warum. So, zack, 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 zack. Die haben wir. Jetzt packen wir ja vorne unseren. Genau, den packen wir da hin. Was wir hier bauen, weiß ich noch nicht. Das lasse ich noch offen, falls wir hier nämlich dran bauen. So. Jetzt ist der hier eine Truhe gefallen. Was, der Kaktus ist. Tatsache. Ach, das geht mal. Ach, das bleibt Teil das klare Glas. Das ist ja toll. Das ist ja klasse. So, ich muss das Wasser, ich muss jetzt von hier hin, von der Ecke runter fließen. So. Das machen wir mal. Jawohl. Scheint so dann zu funktionieren. So, Kaktus. Aber diese Blumeninsel ist ja auch klasse, ne? Ist aber Blumeninsel? Ja. Ja. So, ich geh jetzt noch mal. So, die Kaktusform funktioniert natürlich nur, wenn wir zu Hause sind, ne? Ist ja klar. Ja. Ja, das ist klar. Und zum Schrank aufhalten. Einmal hier mit dem Wasser jetzt immer wieder auffüllen. Was? Wo ist denn hier einer, der knirrt? Hier knirrt doch schon wieder einer, der. So, einmal Wasser habe ich wieder. Seht ihr in der Fressbude, der Kerl? Wie kann der denn hier? Hei, der ist ja oben. Was mach der denn hier oben? Ist ja nicht hell genug ausgeleuchtet? Dann machen wir noch bisschen Fackel hier nochmal dran. Das ist ja nicht so überarmen Leuten hier. Das jetzt so dunkel ist. Was ist da nicht, ey! gute jünger der silberburg müssten einkaufen ich brauche closed und was ich weiß jetzt hier hat wie freut das zufälligerweise nicht closed ohne ich glaube er nein das lohnen roten brauchen wir nicht quartiermeister hast du kloster nee hat du nicht hat du nicht nein das war doof gehen wir hier richtung schiff zum kapitän hier und der hier was hat ja mal senior ich brauche hier sowieso glowstone diamanten jetzt habe ich nicht mit diamanten dabei dazu will ich alle das ist ja herrlich dufe blumen in klein ich brauche diamanten sondern wir das nix haben wir keine ist nur noch welche haben klar mit diamant ich habe keine dabei jetzt habe ich diamanten was machst du gerade vor blumen insel kann man ja machen